Hallihallö und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf DSLM 6 von mir, dem lieben Herrn Zinu. Ich habe mich schon ewig kennengelernt auf dieses Let's Play gefreut, habe es schon tausende Male in Monster Hunter angesprochen, dass ich dieses Spiel let's playen will und jetzt ist es endlich soweit, ich habe es ja im letzten Part auch schon gesagt, dass ich dieses Mal damit anfange, mehr oder minder erstmal als Filler, wie sehr es sich bei uns hier auf DSLM 6 entwickelt, also ankommt bei euch und ich habe wie gesagt ewig kennengelernt aufgewartet, diesen folgenden Satz jetzt zu sagen, deswegen habt ihr auch noch Let's Green und deswegen rede ich jetzt auch noch so viel, weil ich so aufgeregt bin und jetzt kann ich den Satz endlich sagen, denn damit werde ich jetzt das Let's Play starten, Tor zur Digi-Welt, öffne dich! Tor zur Digi-Welt, öffne dich! Und damit herzlich willkommen zu Digimon World. Das war das Spiel, was ich in meiner Kindheit am meisten gesuchtet habe. Ja, also ich kam aus dem Kindergarten raus und das Spiel musste gespielt werden. Allerdings ist der Stand wird schon gerade weggegangen, perfekt. Wir werden uns natürlich in ein neues Abenteuer begeben und das auf Steckplatz 2, denn auf Steckplatz 1 habe ich vorhin schon eine kleine Testaufnahme gemacht und gegen diese Testaufnahme werden wir am Ende des Setzplays spielen. Eigentlich, also man gibt hier ein 1 gegen 1, deswegen was. Und jetzt erstmal mit dem Spielenrecht erkläre ich dann nachher der Übingenzeit. Gigi-Mon, ich heiße Gigi-Mon. Erzähl mir etwas über dich. Hast du ein Digi-Voice? Ehrlich gesagt, ja, das habe ich. Habe es sogar hier liegen, ich kann es herbringen, aber das könnt ihr leider nicht sehen. Ich verstehe. Nächste Frage. Was magst du lieber, Tag oder Nacht? Und hier entscheidet sich, egal welche Frage ihr vorher genommen habt, für den Fall, dass ihr das Spiel auch spielen wollt, hier entscheidet sich, mit welchen Digi-Mon ihr startet. Würdet ihr hier Tag, beziehungsweise die andere Frage, hast du Freunde, ja, nehmen, dann würdet ihr Argo-Mon bekommen und bei Nacht, oder hast du Freunde, nein, Gabo-Mon. Ist eine kleine Diskriminierung von Gabo-Mon, muss ich zugeben, aber trotzdem, ich wähle Tag, denn ich mag nur mal Tag lieber, denn nachts schlafe ich, zumindest momentan noch. Nun denn, wie heißt du? So, und nun zum nächsten großen Ereignis, das habe ich auch schon einmal angesprochen, aber egal, wir machen alles doppelt. Ich habe mal mit meinen analytischen Fähigkeiten bei jeder Digimon-Folge, sogar die, die bisher nur in Japan erschienen sind, die Namen verglichen. Und jeder hier, wirklich jeder Digi-Ritter, also Haupt-Digi-Ritter, fängt mit A an. Tai, Davis, Markus, also A an zweiter Stelle. Bei jedem Namen. Zuerst ist mir das nur bei den Vornamen aufgefallen und jetzt sogar auch noch bei den Nachnamen, da ist es genauso, da ist hier Markus Darmond, das ist das Einzige, wo ich mir merken kann. Den Rest habe ich durchgeguckt und das stimmt auch. Und deswegen bin ich stolz darauf, hier meinen echten Namen preiszugeben. Der da wäre Hans Falk. Ja, A, immer an zweiter Stelle. Und deswegen nenne ich mich hier auch so, ich meine, es passt einfach dazu und deswegen kann man das hier auch mal machen. So, man darf eh noch fünf Buchstaben nehmen. Ich könnte mich auch Sinon nennen, aber Hans, das passt hier einfach besser bei diesem Spiel. Deswegen mache ich das auch. Hans, stimmt's? Ja, es stimmt. Und wie heißt dein Digimon? Hier habe ich auch überlegt. Aber ich denke, für den Anfang nennen wir es erstmal DNX. Abkürzung für DSM-SX, leicht zu erkennen. Ich denke, das ist ein cooler Rufname. DNX, komm mal her. Das Log of Logis geht in Ordnung. DNX ist wahr. Ja. Ein guter Name. Bis später. So, und jetzt kommt der erste richtig storybezogene Video und da halte ich einfach mal meine Klappe. 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 Es gibt ihn noch. Aaaaaah, aaaaaah! 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 So. So, das mit der Musik gerade, das ist hier irgendwie bei mir die ganze Zeit so, ich weiß nicht wieso, aber das war auch schon vorher in der Testaufnahme so. Und jetzt, erstmal weiß ich die Story, danach kann ich anfangen zu reden, was ich eigentlich schon die ganze Zeit will. Er ist da, es hat funktioniert. Ein wenig, genau wie du gesagt hast, Gigi. Psst, er kommt zu sich. Wo, wo bin ich? Willkommen in der Diggi-Welt. Wie? Wow. Was ist los? Wer seid ihr? Das sind Diggi-Mall. Ich muss mal ganz kurz die Musik leiser machen. Genau, damit ihr es nämlich nicht doppelt hört. Diggi, was? Hm? Ich dachte, du kennst dich mit Diggi-Mall aus. Ich hab's, das ist ein Traum. Das ist kein Traum! Moment mal, du bist Tokomon. Ein realistischer Traum. Hans, das ist kein Traum, aber auch keine Wirklichkeit. Wovon redest du da? Wer bist du? Ich heiße Gigi-Mall. Ich kenne kein Diggi-Mall, das so heißt. Es gibt mehr Diggi-Mall, als du weißt. Wir sind nämlich in der Diggi-Welt. Diggi-Welt? Diese Welt ist weder Traum noch Wirklichkeit. Sie ist unsere Welt. Puh. Sieht wirklich zu echt für einen Traum aus. Dreh dich mal um. Dann wirst du verstehen. Wie? Ist das die Annex? Ich weiß, Bonus. Ich bin in meinen... Hier muss ich mal ganz kurz korrigieren. Ich denke, das ist ein Übersetzungsfehler. Diggi-Weiß geraten. Stimmt, genau. Warum bin ich hier? Komm mit hinein. Ich erklär's dir. So. Ich habe dich hergebeten, damit du uns rettest. Retten? Vor was? Wir sind in Fire City. In der Mitte der Fire-Insel. Eine Stadt? Hier? Naja, es war mal eine Stadt. Hier haben früher lauter verschiedene Digimon gelebt. Aber viele Digimon verzagten und sind fortgezogen. Warum das denn? Ich kenne den Grund nicht. Einige Digimon verloren sogar ihre Sprachfähigkeit. Manche sprechen noch, aber sie haben alle vergessen, dass sie hier gelebt haben. Das meinst du also mit Verzahlen? Wir dürfen nicht länger zusehen. Aber warum gerade ich? Du bist doch ein toller, hier muss ich wieder eingrätschen, Digimon-Tamer, oder? Oh ja, das bin ich. Merkst du eigentlich, dass du Digimon sprichst? Was? Ich spreche doch nur Deutsch. Für uns klingt es wie Digimon. Stimmt! In dieser Welt wird deine Liebe zu den Digimon dir Kraft verleihen. Danke. Deshalb habe ich dich gewählt. Du kannst alle Digimon der Insel retten. Wie? Hm. Klar, mache ich gern. Super! Danke. Wir zählen auf dich. Womit fange ich an? Nimm die Annex und erforsche die Insel. Such die Quelle der Gefahr und überzeuge die Digimon, Bonos herzukommen. Na dann los, die Annex. Warte, da wäre noch... So. Und jetzt kann ich endlich anfangen, selber zu reden. Ähm. Ja, das war jetzt der erste Story. Ich gebe zu. Ist leicht wie ein Kinderspiel mit den Dialogen. Aber... Ähm. Ich zeige euch jetzt erstmal File City, wie es momentan aussieht. Ähm. Wir haben hier die Fleischfarm. Ja, richtig gehört. Fleischfarm. Wird auch nicht so mal gesagt. Möchtest du etwas Fleisch? Ach, tut mir leid. Ich habe es dir ja noch gar nicht erklärt. Wir sind eine Fleischfarm. Und bauen Fleisch für alle an. Ihr baut Fleisch an? Ja, warum? Nichts. Es ist schon gut. Erzähl weiter. Gigi und ich werden dir täglich drei Portionen Fleisch schenken. Hans. Hier ist deine heutige Ration. Drei Portionen Fleisch erhalten. Sehr. Ähm. Hier gibt es nochmal Essen. Das Spielprinzip, falls ihr habt es noch nicht erklärt, ähm, ist relativ einfach. Ihr habt euer Digimon. Also ich habe jetzt meins. Ihr nehmt dann eures. Das ist meins. Punkt aus. Dnx gehört mir. Ähm. Und dieses könnt ihr trainieren. Und dann gegen andere Digimon auf dieser Insel kämpfen, welche verzagt sind, um mal die Wortwahl zu wiederholen. Und ihr müsst versuchen, diese ganze Stadt wieder aufzubauen. Am Ende könnt ihr dann gegen einen Bossgegner kämpfen, also einen Endboss, welcher dieses Verzagen verursacht hat. So. Allerdings dauert das jetzt noch eine ganze Weile und wir haben viel Spaß erwartet haben. Zumindest nicht. Ich erkläre dir mal die Umgebung der Stadt vor. Der Heimatwald umgibt die Stadt. Die Digimon dort sind nicht besonders stark. Im Westen liegt ein Trainingslager. Dort wirst du bestimmt oft sein. Im Osten, äh, am anderen Flussufer liegt der Tropendschungel. Wer weiß, was dahinter liegt. Im Westen liegt ein Berg und ein See. Dort geht es nicht weiter. Richtung Süden kommst du ans Meer. Und im Norden liegt ein hoher Berg. Dort geht es auch nicht weiter. Diese Stadt bildet den Mittelpunkt der Insel. Im Norden müssen große Gebiete liegen. Ich werde mich nach Gerüchten über die Gebiete umhören. Besuch mich bald, Bonus. Dieses Bonus, ihr habt es wahrscheinlich schon mitgekriegt. Und auch in analytischen Fähigkeiten heißt WIDER. Also ist in Digimon die Sprache so WIDER. Wir haben hier noch ein weiteres Gebiet von Fire City, dem momentan nur Tsumimon rumhängt. So ein bisschen abschillt. Wusstest du, dass im Ostteil der Stadt eine kaputte Brücke steht? Wir haben sie nie beachtet, weil keiner sie je benutzen wollte. Aber jetzt werden wir sie vielleicht reparieren. Erfurcht erst den Süden und Westen. Komme ich dann Bonus besuchen. So, damit haben wir jetzt auch mit einem Quatsch. Und es geht schon los. Agumon ist hungrig. Da müssen wir ihnen gleich mal ein bisschen Fleisch geben. Haben wir ja vorhin geholt, so schlau wie wir sind. Und wie gesagt, man kann trainieren. Das werde ich euch jetzt als nächstes zeigen. Dazu aber vorher noch einmal für alle, die das Spiel anfangen. Es gibt einen mehr oder minder Geheimtipp. Auf jeden Fall einen guten Start ins neue Leben mit euren Digimon. Und zwar auch in Digimons Haus. Dazu, wie gesagt, ich habe viel zu viel zu erzählen und viel zu wenig Zeit. Jijimon, ihr kennt ja bestimmt einen Digimon. Bei dem Namen der Digimon setzt sich das Ganze, das war die falsche Taste, war also klar. Setzt sich der Name immer aus irgendeiner Beschreibung für das Monster zusammen nach Mon für Monster. So, Jiji ist japanisch und bedeutet alter Mann. Ja, passt, ne? Behalt das, viel Glück. Gegenstand erhalten. Drücke Kreis, um Gegenstände anzusehen. Wähle dann Gegenstand und sieh dir mit X einen an. So. Da. Das haben wir bekommen. Ist auch ein guter Start. Wie ihr seht, Medizin und Verband. Das Digimon kann auch sich verletzen oder krank werden. Das passiert als Verletzen im Kampf. Und wenn man das eine Weile umbehandelt lässt, dann wird es krank. So, wir gehen jetzt allerdings erstmal schnell noch ins Trainingslager, bevor der erste Part dann auch schon bald wieder vorbei ist. Das ist genau hier das grüne Trainingscamp. Das wird übrigens jetzt auch noch ausgebaut. Wie gesagt, man muss die ganzen Digimon zurück in die Stadt holen. Und jedes Digimon, was kommt, baut es ein bisschen weiter auf. So, das Digimon hat Werte, die man im Kampf braucht. Dann hätten wir als erstes den Angriff, den man hier trainieren kann. Danach hier das Leben. Die Verteidigung, die Geschwindigkeit, MP und Intelligenz. Ich werde jetzt gar nicht trainieren, denn der erste Kampf folgt jetzt gleich. Und zwar im, äh, Verdammt. Muss doch auch sein, im Heimatwald, genau. Das sind mir solche Namen meistens entfallen. Ist auch echt traurig. Und da kommt es auch schon, unser erster Gegner. Ein Argumor. Wow. Hm? Hm? Wie jetzt? Na gut, ich tue es. War so typisch Digimon-Sprache. Punkt, Punkt, Punkt. So, es geht los. Man kann jetzt selber nichts mehr machen, außer hier oben auswählen, was man tut. Also, D-Vertrauen. Ich dachte dann einfach, dass ich dir vertraue, ist allerdings doch Digimon-Vertrauen. Wobei ich mal die Musik von Digimon noch ein bisschen leiser mache. Ähm, da seht ihr rechts oben mein Leben und MP. Und links jetzt über ihm die Lebenspunkte von Argumor, unserem Gegner. Ähm, man kann ganz links, ähm, also die Lebenspunkte ist jetzt schon rechts über meinen. Man kann ganz links auswählen, was das Digimon machen soll. Je schlauer es ist, desto mehr Varianten gibt es da. Momentan habe ich nur Digimon-Vertrauen und da es ein Story-Kampf ist, also gegen einen Gegner, der in die Stadt kommen könnte, kann ich auch nicht fliehen. Das wäre das rechts daneben. Als nächstes kommt dann stärkster Angriff, dann schwächster Angriff und so weiter und so fort. Bis man irgendwann dem Digimon direkt sagen kann, welche Attacke es machen darf. Hört sich allerdings gerade so an, als wenn meine Line-In-Stecker wie nicht funktionieren. Doch, alles gut. Ähm. So, danach, wenn man gewinnt, kommt man auch Werte erhöhungen. Dazu noch Geld. Und, da es ein Story-Kampf war. Mist, ich habe verloren. Ja, ich sollte es in die Stadt einladen. Ähm, entschuldige, würdest du in die Stadt kommen? Was? Stadt? Du meinst den alten Ort? Naja, äh. Äh. Hm. Na schön, ich bin Agumon, der sich kennenzulernen. Du 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 du. Agumon zieht in die Stadt. So, versuchen kostet nichts. Ich werde weiterfragen. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Erstmal die kleine High-Disc aufnehmen. Und danach weitersuchen. Obwohl mir das momentan nicht allzu viel bringt. Ich denke, ich werde erstmal trainieren. Und deshalb kann ich alle, äh. 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 Schauen wir mal kurz anweswerter an. Ähm. Ähm. LP und MP laden sich nicht während des Kampfes nach, sondern erst in der Nacht, wenn das Digimon schläft. Ähm. Ähm. Angriff, Abwehr und Speed. Ich denke, ich werde erstmal alles auf 100 machen. Das sollte ein guter Anfang sein. Dann füllt sich ein Balken, den ich euch nachher vielleicht irgendwann mal zeige, wenn das soweit passiert. Und, ähm, wenn er voll ist, entwickelt sich das Digimon, egal welcher Stufe es gerade ist, Suzukamon. Einem Digimon, das aussieht wie Scheiße. Passend, ne? Ähm. Das kann allerdings auch noch... Ach. Das werde ich dann erklären, wenn es soweit ist. Ähm. So. Erstmal müssen wir hier unser liebes Algumon nochmal füttern. Und zudem kommt, das heißt ja File City. Und, wie gesagt, also hab ich nicht gesagt, ich hört einfach auf, wie gesagt, ähm, als ich noch ganz, ganz, ganz klein war, hab ich das Spiel auch schon gespielt, gesuchtet, wie erwähnt. Und, ähm, dabei hab ich mich immer wieder gefragt, was heißt denn nun File City? Ich kannte diesen Computerbegriff File noch nicht, denn ich hatte keinen Computer. Das war ein sehr kleines Kind, im Nachhinein hab ich ihn auch noch eingekriegt, aber am Anfang hatte ich keinen. Und, ja, ich wusste nicht, was File ist. Deswegen war das bei mir immer File City. Hab ich natürlich, so wie ich bin an Fleisch gedacht, File City. Das hat dann für mich auch die Fleischfarm erklärt, also war alles los.